Also um den Beitrag mit Untertiteln zu versehen, habe ich folgendes gemacht. Ich bin hier auf meine Testseite gegangen, die ich extra dafür eingerichtet habe und habe hier auf Videos geklickt. Dann ein Video hinzufügen. Dann suche ich mir mein Video. Bettler MP4 öffnen. Und dann stellt er mir hier so eine Maske bereit. Untertitel. SRT Datei hochladen. Dann muss die Datei, die ich mitgeschickt habe, die muss so hochgeladen werden, genauso wie sie hier benennt ist. Sonst nimmt er sie nicht. Also man darf sie nicht umbenennen. Öffnen. Und dann habe ich hier mal, also unveröffentlicht speichern. Standardsprache. Dann habe ich mal Deutsch genommen. So, und jetzt dauert es einen Moment. Videosammlung. Und da habe ich den Test gemacht. Heute habe ich es nochmal getestet. Und jetzt müsste gleich das nächste Video kommen. Hier ist es. Wird noch bearbeitet. Aber es ist auch das mit bearbeitet. So, hier habe ich es. Angucken. Hast du einen Euro? Und der Untertitel ist drin. Hast du einen Euro? Zwei? Hey. Was guckst du denn so? Sorgst du einfach nicht vor für deine Rente. Solltest du mal lieber, Freund Banane. Ja.